Und da war nix passiert, sagst du? Ne, damit testest du einfach nur dein Blut. Einfach nur auf dich draufziehen und dann zeigt er dir unten links an, was du für ne Blutgruppe bist. Wäre geil, wenn du auch Aplus wärst, dann könnten wir uns gegenseitig versorgen, wenn einer... Nein! Aminus! Oh nein. Ich glaube, das ist ein mega Gegensatz, ne? Aminus und Aplus. Ja, ein mega Gegensatz. Okay, das heißt, wir dürfen uns nicht gegenseitig Blut geben. Salenbeck, was auch immer das ist. Was? Moment, ich guck mal gerade. Salenbeck, äh... Damit kannst du, glaube ich, Blut abzapfen. Gut, nehm mal mit. Hilft uns zwar leider nicht. Soll ich dir Blut abzapfen? Nein. Geht's dir gut? Ich bin hungrig. Zapf mir mal Blut ab. Carsten, das hast du beim David schon gemacht und der ist umgekippt. Ja, wir waren halt auch angeschwächelt. Aber ich hab ja hier volle Farben und so. Also eigentlich dürfte da nichts passieren. Ich wundere das gerade echt, dass hier niemand war. Vielleicht ist das gar nicht so dumm, nicht mehr in den Norden zu gehen, sondern einfach hierbleiben. Oh ja. Aber ein bisschen Action will ich ja auch haben, ne? Ja, aber das von gerade eben brauche ich nicht. Was haben wir denn hier? Hä? Hm, kann man nicht nehmen. Was denn? Ich hab da gedacht, da wär was auf dem Boden. Ne, ne, das sind Texturen. Da ist aber was. Bandagen. Ich seh Bandagen. Sehr gut. Die sind nur badly damaged. Mitnehmen. Wär jetzt mal so ein Arztkoffer geil, ne? Kann man die ganzen Dinger da mal reinpacken. Okay. Aber das hier ist nicht das Einkaufszentrum, will ich mal gerade betonen. Wir sind gerade an dieser Krankenstation, glaube ich. Oh, was liegt denn hier alles rum? Jeans. Was ist das? Ein T-Shirt. Das reise ich mal into Racks und nehme die mit. Ist hier rausgegangen? Ich bin jetzt gegenüber in dem Gebäude. In dem größeren. Oh, hier sind Sachen. Was ist das? Milchpuder. Und was zu trinken, hab ich auch hier schon gesehen. Jeans kann ich leider nicht. Ah, das bist du okay. Ich sag dir, ich bin in dem Gebäude hier. Noch mehr zu trinken. Pepsi. Pepsi heißt die hier. Battery. Battery, damn it. Ja, die brauchen wir wohl nicht. Ich geh mal rauf, ne? Alles klar. Was ist das? Vitamintabletten hab ich gefunden. Ja, juppe. Boah, wie bald haben wir gegen alles irgendwas. Schmerztabletten, Vitamintabletten, Bandagen, Epinephrin, Penicillin haben wir, glaube ich, auch. Wir sind eine halbe Krankenstation. Ich geh nochmal eine Etage höher, ja? Ja. Ich kontrolliere hier mal den Rest. Oh. Eine Musin 9130. Hab ich hier oben. Ein Gewehr. Ja, das Problem ist natürlich, dafür haben wir jetzt keine Muni, ne? Ich weiß nicht, was da reinkommt. Aber ich hab einen Aufsatz für eine Musin. Ich meine, ich hätte irgendwas dafür. Warte, ich guck mal. Oh, hier ist ein Seil. Ja, Musin M44 Kompensator hab ich. Damit kannst du das verbessern. Die Genauigkeit. Problem ist aber, wir haben nix dafür. Wo bist du denn? Ganz oben. Ah, hier. Kann man die ins Inventar mitnehmen? Warte, ich mach dir mal Platz. Probier's mal gerade. Oh, die nimmt zu viel mit, ne? Die kann man gar nicht mitnehmen. Viel zu viel Platz. Die kannst du nicht in deine Tasche packen. Oh, jetzt ist sie weg. Äh. Hübs. Naja, du hast ja eine Shotgun. Ist wahrscheinlich auch besser, weil die hat Muni, ne? Ja, ein bisschen. Naja. Aber die hat ja jetzt gar nix. So, dann mal wieder runter. Sonst war hier weiter nichts. Ne. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo wir hier sind. Ich glaub, wir sind gerade ganz woanders, als ich dachte. Das heißt, wir sind... Da hinten war das Krankenhaus. Dann müsste hier... doch so eine Straßenspitze sein, oder? Genau. Dann gehen wir hier lang. Ne. Irgendwie sind wir... Hm. Die Kurve ist falsch rum. Wir sind nicht am Krankenhaus gewesen. Wo sind wir denn? Da unten? Na, wir gehen mal weiter. Was haben wir da? Ich hab gerade echt keine Ahnung, wo wir hier in der Stadt sind. Ich kann mich an der Karte gerade nicht orientieren. Da vorne steht auf jeden Fall noch ein Zombie. Das heißt, da waren wir noch nicht. Kommt auch schon auf mich zugerannt. Okay. Ich hab gerade noch ein Zombie gehört. Also nicht erschrecken, wenn gleich irgendwo einer auftaucht. Hm. Ich hatte auch einen gehört. Hm. Irgendwie finde ich das Zeug... Was ist da oben? Ah ne. Das ist da, wo wir waren. Hier ist nix. Ah, hinter uns. Ich seh den Zombie. So. Hat mich, Gott sei Dank, nicht getroffen. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach nochmal eine kurze Runde, wenn wir dann den Supermarkt nicht finden, raus hier, oder? Ja. Weil wir sind ja hier auf dem Präsentierteller. Wir sind mitten auf der Straße. Und dann denke ich, haben wir auch genug zu essen und zu trinken. Naja. Das geht, ne? Also ich hab die ganze Zeit hungry, hungry, hungry. Hm. Warte mal. Ich könnte mal eben hier diese Kiwi essen. Könnte ich mal machen. Oh, ich hab gerade voll die Frame-Einbrüche. Ich hab hier irgendwas gefunden. Wo bist du denn langgegangen geradeaus? Einfach weiter die Straße lang und dann auf so einem großen Parkplatz. Weißt du, geradeaus? Wie gesagt, die Straße weiter lang? Ja, die Straße weiter lang. Ja, da, wo wir waren, Steffi. Wir waren auf einer Straße. Ja, an einer Kreuzung. Nö. Ja. War keine Kreuzung. Ich bin einfach geradeaus gelaufen. Weiß nicht, wo du bist. In welcher Kreuzung. Wir waren in einer Kreuzung, wo ich gesagt hab, warte, ich esse mir eben eine Kiwi. Ich bin jetzt wieder zurückgegangen. Ich stehe genau da. An der Ausgangsposition. Bist du denn? Ja, ich geh jetzt wieder zurück. Ja, ich bitte drum. Ich seh dich nicht. Doch, da. Jetzt bin ich hier an dieser Ausgangsposition. Rechts. Das hier ist geradeaus laufen gewesen. Nee, wir sind von da gekommen. Ja. Das ist nicht geradeaus. Geradeaus. Schreck, schreck geradeaus. Schreck geradeaus. Da kommt einer. Boah, wie der springt. Mach du. Ich halte mich raus. Ah, da kommt noch einer. Geht's dir gut? Ja. Dir? Kommt, glaub ich, noch einer. Links. Ich mach. Ja. Okay. Hier bin ich lang gegangen. Hier war das mit dem Parkplatz. Aber ehrlich gesagt habe ich wirklich keine Ahnung, wo wir sind. Ach, vielleicht. Ach, das ist einer der Supermärkte. Ha, wir haben einen Supermarkt gefunden. Super. Machst du hier den Raum, dann geh ich rechts durch. Da hab ich doch schon was. Eine Dose Bohnen. Oh, eine Orange. Und die ist noch in Ordnung. Sehr gut. Ich hab auch noch eine. Da war hier. Ein Messer. Ein First Aid Kit. Sehr gut, sehr gut. Ich hab ein Küchenmesser gefunden. Und hier war... Und noch eine Axt. Was ist los? Ein Zombie. Boah, ich war grad dabei. Da ist Munition drauf. Hier liegt Munition drauf. Lol. Für was? 7,62 Millimeter. Ich hab 5,56 und du hast Rounds. Okay, keine Munition für uns. Vielleicht für die Mosin. Ich versteck mich mal gerade hier. Ich guck mal gerade. Für welche Waffe. High Powered Rifle Catritch. Warte, vielleicht kann ich die ja... Nee, passt nicht in die M4 auf jeden Fall. Scheint also für ne Sniper oder sowas zu sein. Okay. Ich hab ein Küchenmesser. Ich hab ein Küchenmesser. Ich möchte mal gerade ausprobieren, ob ich damit auf 100% komme. Nee, okay. Dann lass ich das Küchenmesser hier. Ach, was kommst du? Auf 79. Das ist ja nicht so viel. Aber schön, jetzt haben wir ein First Aid Kit. Was ist denn drin gewesen in dem Kit? In dem Kit? Aber da war, glaub ich, einiges noch drin. Wie kann ich das nochmal einsehen? In die Hand nehmen. Warte. Hier sind drin Bandage. Water Perfication. Wrecks. Und Selenbeck. Okay. Sind da sechs Sachen drin gewesen? Äh, nee, warte. Da sind zwei, vier, fünf. Dann kannst du da noch eine Sache reinpacken. Okay. Gut. Sehr schön. Langsam läuft's doch. So, die Sachen packe ich da noch oben rein. Das hier hin. Nee, kann ich nicht. Ich versuch, dieses Selen da rein zu tun. Geht nicht. Oh, Moment mal. Scheiße. Wo ist mein Messer? Ich nehme das Messer doch mal mit. Das ist vor deiner Nase. Naja. Weil mit meiner Axt mache ich das auf 40%. Äh, da habe ich lieber 70. So, das war Supermarkt Nummer eins. Dann müsste hier neben Supermarkt Nummer zwei direkt sein. Und dem ist auch so. Tape. Ich nehme es mal mit. Noch habe ich ein bisschen Platz. Oh, was ist das denn? Rotten. Noch ein Tape. Was ist das? Firewood. Feuerholz. Nimm ich auch mal mit. Vielleicht brauchen wir es. Oh, ich habe hier noch was zum Essen. gefunden. Kiwi. Noch was zum Essen. Ich hatte nur eine Rottenkiwi gesehen. Was ist das denn? Hä? 7,62 mal 39 Millimeter. 20 Rounds. Ich habe noch mehr Munition gefunden. Matchbooks habe ich gefunden. Das sind Streichhölzer. Was hast du gefunden? 20 Schuss nochmal. Ja, ist ja sehr gut. Weapon Cleaning Kit. Ich probiere meinst jetzt einfach nochmal hier drauf. So. Ich habe ja auch noch Tuna und sowas gefunden. Nimm ich alles mal mit. Ja, 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 ja. Oh, ich habe schon wieder... Ja, zwei Zombies. Du bist bei mir im Brunnen. Drei Zombies. Wo? Wah. 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 Lauf raus, lauf raus, lauf raus. Lauf raus, lauf einfach raus. Okay. Okay. Dann müssten die eigentlich... Scheiße. Oh, ich habe gerade gedacht, der hätte mich getroffen, ey. Leck mich an. Die müssten eigentlich da rauskommen jetzt. Da ist er. Zack. Und da ist noch einer. Und ich bin schon wieder thirsty und hungry und... Ja, thirsty ist egal. Jetzt weiß ich ja, wo wir sind. Wir sind am Supermarkt. Das heißt, wir müssen die Straße wieder ein Stück in die Richtung gehen. Äh, Moment. Welcher ist jetzt welcher? Ich glaube, wir müssen die Straße ein Stück in diese Richtung gehen. Ja. Und dann müsste auf der linken Seite gleich ein Brunnen oder sowas sein. Moment. Nein. Nein, andere Richtung. Das ist hier die Kurve. Und dann auf der linken Seite. Jetzt müsste gleich eine Straße nach links wegkommen und da an der Straße ist das. Okay. So, dann können wir unsere Bottles nämlich wieder auffüllen. Ach ja, da habe ich ja auch noch die Bottle. Hilfe. Also, ich habe jetzt 29 Schuss für eine Rifle. Cool. Müssen wir nur erstmal eine Rifle finden, ne? Am besten für dich. Oder für mich. Weiß nicht. Eine M4A1 ist, glaube ich, einfacher zu treffen, weil man ein bisschen mehr schießen kann. Rifle ist meistens Scharfschützengewehr oder so eine Gerent oder sowas. Keine Ahnung. Da ist der Brunnen. Ich sehe ihn. Machst du zuerst, dann trinke ich nur und passe ihn derzeit auf. Ich sehe ihn. Neue sind ganz dran.